Manchmal ist eine große Familie zweifellos von Vorteil, etwa wenn das Auto im Schneefest steckt. Die Dargers aus Utah haben gleich 25 Kinder. Sie stammen von drei Müttern und einem Vater. Sie gehören einer religiösen Gruppierung an, die sich von der mormonischen Kirche abgespalten hat. Die Mormonen selbst hatten der Polygamie schon vor einem Jahrhundert abgeschworen. Polygamie ist in den USA nämlich verboten. Strafen haben die Dargers allerdings wohl nicht zu befürchten. Zuletzt urteilte ein Bundesgericht, dass das Verbot der Vielweiberei der Religionsfreiheit widerspricht. Wenn sich ein Erwachsener aus freien Stücken entscheidet, dann werde ich nicht sagen, du darfst den nicht aussuchen, den zu lieben, den du liebst. Meiner Meinung nach werden sich künftig immer mehr Leute als Polygamisten outen. Ich habe viele Freunde und Verwandte, die sich jetzt trauen, das öffentlich auszusprechen. Kritiker der Vielweiberei sind um die Rechte der Kinder und Frauen besorgt. Marion Mann hat 18 Jahre lang in einer Polygamen-Ehe gelebt. Sie denkt nicht, dass sich Frauen aus freien Stücken für eine solche Beziehung entscheiden. Ich persönlich wollte nie in einer Polygamen-Beziehung leben, aber der Glaube hat mich dazu gezwungen. Auch wenn die Dargers glücklich wirken. Studien bringen Polygamie mit höherer Armut und größerer Geschlechterungleichheit in Verbindung. Eine Entscheidung des Justizministers in Utah steht noch aus. Lockert er die Gesetze, dürfte sie in Utah auch künftig Bestand haben. Die umstrittene Tradition der Vielweiberei.